You're a jittery little thing, aren't you? Really, nigga? Hoi, miteinander. Ihr Hoffnungslosen seid herzlich willkommen zu einem Video der anderen Art Zwinker Zwinker. Das Videoli dient lediglich zur Unterhaltung und soll niemanden beleidigen, lol. Ähm. Shinobi, you are my friend. Hello, friend. So, Vader. Spiel mir ein bisschen. Alter, was ist mit der Tasse los? Sie ist kaputt. Ist ja geil. Meister. No. Ich habe einen Bart genommen. Bin gleich wieder da. So, jetzt? Alter, scheiss Boba Fett, Mann. Palpatine. No. Oh, nein. Nein, wer lässt mich mit diesen drei Opfern alleine? Hilfe! Ich will nicht sterben. Meister, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe euch gerne. Wie kann ich noch so viele Punkte heraus holen? Komm zu uns. So. So, Palpatine ist inseln gestorben. Nice. Oh nein! Oh nein! Dieses... Er hat dieses... Hello. Hello. Ich habe noch jetzt... Oh shit! Oh shit! Boba Fett, Mann! Wo ist dieser... Wo ist dieser... Gurke? Da unten. Die Gurke kommt zu mir. Okay, ist schon fast down. Oh, dieser... Er ist fast down. Er ist fast down. Er ist fast down. Er bringt mich schon ab. Dieses Mal werden wir gemeinsam kämpfen. Nein! Ich will nicht sterben! Bitte nicht! Oh Gott! Boba! Boba! Diese kleine Ratte! Ahhh... Hüche! 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 Also, Kylo ist tot! Come on! Yes! Ich habe jemanden getötet. Aber dann habe ich Boba Fett getötet. Dieser Boba Fett... Ich schwör. 1, 2, 3... Ah, ich seh ihn nicht mehr. Komm zu mir. Oh, ich wollt mit ihm sexen. Du kannst mit mir sexen. Okay. Ah, ja, geht nichts, wenn dieses Spastik kommt. Wir können zusammen gesext werden. Ah, nein, nein, nicht, nicht! Ah! Ah! Ist nicht mehr normal. Ah, ich hab ihn. Aiden, schnell, ich hasse diesen Noob-Charakter. Yes. Jetzt können wir sexen, komm. Nein, Papa! Wo ist er, wo ist er? Wo ist er? Er ist oben, er ist in der Luft. Luft, Luft. Einfach blocken. Locken Sie, Meister. Komm, wir gehen ins Heus. Der ist auf der anderen Seite der Map, was soll das? Aber hier können wir sexen. Yes. 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 Wir werden beobachtet. Oh, 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 oh. Da. Wir werden beobachtet. Oh, 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 oh. Wir sind jetzt auch zu dritt. Oh, immerhin. Aber Pelptin versaut einem den Spass. Den Spass. Ach, Deutsch. Und Boba natürlich. Blöde Pelptin. Come on, der ist fast... Ah! Ah! Wir ziehen zu uns. Pelptin fliegt an. Oh, sehr nice. Ja! Gutes Teamwork. Ah, Boba. Ganz schön, ganz schön. Boba fett. Boba fett, Boba fett. Fuckin Boba fett, Mann! Ja, Boba! Ja! Boba ist tot! Ja! Ja! Boba ist tot! Ja! 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 Ich sehe nichts. Es ist so... Oh, nein! Oh! Ich bin tot. Das klang mehr wie ein Orgasmus. Schon... Schon bisschen... Sass. Oh nein! Nein, ich kann nicht hochspringen! Oh, schöner Granaten. Oh, ja! So fühlt es gut an. Nein! Die Krabbelmaschine ist bei mir. Wie bist denn du eigentlich? Äh, tot! Okay! Lock sie hinein. Das sieh sie nicht. Ich bin einfach weggerannt. Ich hab's voll... Ja, voll! Voll der Feigling! Bekommen, ja! Ich bin bereit! Perfekt! Genau, das habe ich gemeint! Ja! Oh, fuck! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Fuck! Grievous ist hier oben. Oh, fuck! 13! Ja! Er ist fast tot! Er ist fast tot! Dieser... Dieser Schrumpelsack! What the... Ah! Fuck! Ah! Ah! Unser Plan war so gut, mein! Ja, schmeiss! 13! Ah! Ja! Er ist tot! Ah, Grievous! Sind sie tot? Nein, Grievous lebt noch! Wo? Er ist raus! Das Arsch! Ich kann mal wieder rein! Ja! Er ist da! 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 Ah! Jetzt kommt das Gravelvieh wieder! Und Pelptin auch! Ach Gott! Ist das eine Orgel! Jesus! Die neue Taktik kommt mit mir auf das grosse Feld! Das ist die beste Chance zu überleben! Wenn du Heal brauchst, kannst du dich halten! Also gute Chance! 8 zu 24! Weiss nicht! Also... 6 zu 24! Shut up, Frau! Oh, er kommt! Die haben Gesellschaft! Ja, von zwei Seiten ist gut! Perfekt! Ja! Nice! Ho! 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 Was? Ja! Ho! Ist gut! Bleiben wir jetzt hier stehen! Okay! Really, nigga! Hahahaha! Dieser herrblick! Hild brassi! Hild brassi! Hild brassi! Ja, komm zu uns. Oh nein, Grievous, den töte ich. Grievous. Pelpertin, er ist gelähmt, ich habe ihn fast. Pelpertin, ja! Nice, nice, ich bin tot. Nein, ich auch. Oh, aber ich habe noch ein paar Punkte gemacht. Immerhin. Okay, Meister, wo geht's hin? Äh, Boba. Ich bin mit uns. Ja. Ich habe PTSD von dem Typ, Mann. So unfair, die schubsen mich alle immer weg. Sie haben dich nicht gerne, sie modden dich. Es ist nicht fair, Mann. Ich bin da, Meister. Wie laufen eure Befehle? Töten. Alle töten, einfach töten. Okay, eine ist gut. Gut, gut, mein Schüler. Es sind so viele Leute, er hilft mir. Ah! Wie soll ich dir helfen, Bro? Du musst blitzen. Nutze deine Blitze. Das mache ich ja, mein Gott. Aber alle sind da. Ah, der ganze Squad, Mann. Ich komme. Ich habe sie geblitzt. Ray ist tot. Fuck. Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Okay, ich hoffen. Gut. Very good. Ah, mein Palpatine hat gerade wirklich gesagt. Very good. Hans Koks. Ich werde dich töten. Du wirst nie mehr Koks ausliefern. Nie mehr. Hast du gestanden? Er ist verwirrt. Ja, zu zweit ist es gut. Chewbacca. Chewbacca. Ich töte dich. So, das war es mit dem Clip, ihr Brezeli Bübe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ja Pech. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.